Lauter, ey, das ist doch gar keine Stimmung. Wo ist die Stimmung? Hammer! Klasse Ausschläge! Yeah, feiert euch! Ja! Was ist denn jetzt eigentlich los? Feuer! Los! Come on! Hey, Hammer! Sag mal, das bin ich auf Beerdigung, oder was? Das sind geile Aufschläge. Schade! Super Aufschläge! Klasse, Mädels! Guter Start! Ich hab... Hauptsache, ich kann meine Stimme hier rausschneiden. Das ist ein Video. Live-Kommentar. Ich mach mal Live-Kommentar jetzt. Live beim Volleyball hier. Äh, schöne Angriff von Lisa, Nina. Ein bisschen zum Block. Und wir sind beim Block! Super. Gut geblockt. Jetzt kommt der Steller. Und jetzt Franzi. Feuer frei. Okay, gut gespielt. Klasse. Nein, das war schade. Trotzdem gut. Sah gut aus! Hammer! Sauber, Franzi! Gut! Okay. Es steht 5 zu 2 für uns. Äh... Gegner Aufschlag. Ach du Scheiße. Wir müssen wach sein. Okay, wir sind da. Komm. Okay, also ähm... 5 zu 3. Jetzt, äh... Auf geht's. Wir müssen ja Party machen, da ist die Party... Fehlt noch. Wo ist die Stimmung auf dem Feld? Es fehlt die Stimmung auf dem Feld. Bei den Jörgernum. Es kann nicht sein, dass da so wenig Stimmung ist. Meine Herren. Meine Damen, meine. Entschuldigung. Klasse. Wir haben den. Und wir stellen den Ball. Und jetzt geht's rüber. Okay. Kein optimaler Angriff. Okay. Das stimmt's. Das kann nicht sein, ey. Das kann nicht sein. Jetzt greifen wir an. Okay. Wir kommen noch nicht, ob die mal den Angriff rein. Jetzt müssen wir blocken. Da müssen wir sein. Klasse! Klasse! Sauber und feiert euch! Oder? Voll durchgeknallter Typ. Ich weiß. Oh, Live-Kommentar. Live-Kommentar. Okay, feiert euch Mädels. Okay, Live-Kommentar. Also. Guter Aufschlag. Von Julia Morgenthal. Gut geblockt. Wir sind voll da vorne. Franzi ist da jetzt. Wir sind live im Spiel drin. Und da sind wir wieder am Nox. Schade! Gute Blocks! Das ist live. Wir sind live drauf. Wir machen hier ein Video. Ich bin Live-Kommentator. Frank Buschmann. Wie beim Basketball. Dreh völlig durch. Schöne Annahme von Lina. Ja, bei mir gestellt. Auf Lina. Feuer frei. Okay. Okay. Da müssen wir sein. Da müssen wir noch schneller hin, Mensch. 5-6. Ah, okay. Wir führen noch. Aber da müssen wir noch schneller sein. Und wir müssen uns heißer machen. Wir müssen ein. Bessere Einheit noch sein. Nein. Aber das ist ein Video. Das Live-Kommentar. Ja, das wäre natürlich geil. Okay. Schöner Aufschlag. Aber wir haben ihn im Ball gut angenommen. Schön angenommen. Und Lina spielt den Ball rüber. Kein optimal Angriff. Trotzdem. Wir sind im Spiel. Da muss der Block sein. Wir müssen da besser in den Block reinkommen. Und uns mehr feiern. Warum ist so wenig Stimmung auf dem Platz? Ich frage mich die ganze Zeit, warum so wenig Stimmung auf dem Platz ist. Okay. Wir führen nicht mehr. 6-6. Ach du Scheiße. 7-6 von Lina. Wir führen nicht mehr. Zu wenig Stimmung. Kann mir mal irgendeiner sagen, warum wir so wenig Stimmung machen? Wir haben alles andere vereinbart. Der Gegner macht Stimmung und wir nicht. Okay, ruhig bleiben. Starke Annahme. Uh, schade. Ich muss. Mach kurz. Bleib jetzt. Im ersten Satz bin ich ganz live auf. Wir liegen 8-6 hinten. Scheiße. Wir sind zu gut eigentlich. Die sind so gut, ey. Die sind so gut, ey. Was war jetzt? Aufstellungsfehler? Ich weiß es nicht genau. Auf geht's! Auf geht's! Hey! 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 Ach du Scheiße, was ist denn nun los? Was ist das für ein unsympathischer Schiedsrichter? Was ist das für ein unsympathischer Schiedsrichter? Scheiße. 10-6. Auf geht das schon wieder falsch, ey. 1-6. 1-6. 1-6. 1-6. So gut gestartet. Und jetzt geht das so den Bach runter. Stuttgart macht deutlich weniger Stimmung als im letzten Spiel. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Aber wer nimmt den Auszeit? Wer nimmt den Auszeit? Wer nimmt den Auszeit? Wir machen kurz Werbung.